Ja, hallo liebe Freunde von Mühlburg News. Hier bin ich wieder auf der Mühlburger Kerwe. Immer noch natürlich. Hinter mir seht ihr die schöne Kaffeebar vom Bürgerverein Mühlburg und es war heute ein richtig super Tag, ein richtiger schöner Kervetag. Angefangen haben wir mit dem ökumenischen Gottesdienst. War wieder ganz toll von den zwei Pfarrern. Also es war wirklich super. Und dann wurde es natürlich logischerweise rockig mit der Rockband Chivarro und dann natürlich mit der MCG. Die MCG wieder eine super Stimmung hier reingebracht. Seit 39 Jahren Bestandteil der Kerwe mit zusammen oder und zusammen mit Against the Wind natürlich. Ja und ich möchte mich hier recht herzlich bei Torsten Vogel bedanken, der hier jedes Jahr mit seiner Truppe hierher kommt. Also wirklich super toll. Vielen Dank, lieber Torsten. Aber was rede ich eigentlich so viel? Lieber Aladin, einfach mal Film ab und ich melde mich wieder. Wir sind Kinder aus der ganzen Welt. Machen alles, was uns sehr gefällt. Singen, tanzen, malen, spielen wir. Und wir wünschen Freude allen hier. Und wir wünschen Freude allen hier. Musik Ich sag ein schönes Frau, das ist letztendlich geboren. Wir haben hier so gefällt. Musik 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 Gott, Vater, wir danken dir, dass wir hier unbeschwert zu Fest und Gottesdienst zusammenkommen können. Dass wir die Sorgen Sorgen sein lassen dürfen. Wir bitten dich, dass wir von diesem frohen Mut auch in unseren Alltag mitnehmen können. Und wir bitten dich, dass wir diesen frohen Mut ausstrahlen und weitergeben, sodass wir Lasten tragen helfen, ganz besonders bei denen, die als Verfolgte bei uns Asyl suchen. Musik 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 Ja, und dann hatten wir natürlich noch eine super tolle Sache, die Einweihung der Karl-Benz-Sitzbank in der Rheinstraße. Auch das ein super Event. Es hat alles super toll geklappt. Vielen Dank an Katrin Schütz, Landtagsabgeordnete der CDU. Vielen Dank an Angelo, an Michael, an Sascha, an alle, die da mitgeholfen haben. Diese Bank ist wirklich super und ich hoffe, die macht nicht durch den Bürgerverein die Freude, sondern ganz Mühlburg. Und auch hier sage ich jetzt einfach mal, lieber Aladin, Film ab! Liebe Katrin, ich würde mich natürlich bitten, dir Hand anzulegen und ich halte mich jetzt noch ein bisschen zurück, oder sollen wir zwei? Also, eins, zwei, drei. So. Und jetzt möchte ich bitte auch ein ganz, ganz kräftiger Applaus. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, also ich habe mich ganz einfach in diese Sitzbank verliebt und wir möchten vom Bürgerverein Mühlburg diese Sitzbank gemeinsam mit dem Heinz-Zogel zu der hier ausstellen, was wir auch getan haben jetzt. Und wir haben hier auch eine Pakette angebracht und es soll an den Heinz-Zogel erinnern, der wirklich sehr, sehr viel voll ist. Okay, also, Bürgerverein Mühlburg, der Ehren-Zogel, mit dem Gemeinde, Mann, der Stadt Halsburg, irgendwo, wo sie sitzen, wo sie sich wohnen, wo man nicht wohnen wollte. Und eine ganz besondere Stadtmutzung, jemand, der wirklich sehr gut in seinem Leben geahmert hat, und ich halte mich ganz sehr auf, weil wir haben gesagt, ich habe das heute über den Termin, den Termin da bin ich sehr, sehr gerne. Also, seine Familie ist ja auch da, Ostenburg ist eine Frau, die Fraukugel ist da, das ist eigentlich ein ganz, ganz, sehr gut, ich habe es sehr gefreut, ich habe es sehr ich habe es sehr ich habe es sehr viel ereignet, auch weh in die Stadt, einen Platz zu nehmen, und man hier zu verweilen, uns zu genießen, auch jemanden ganz besonderes zu finden. Fraukugel und die ganze Familie Kugel, einfach wieder zu uns kommen, dann, gerne auch. So, also, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid, und, genau, jetzt möchte ich einfach, ja, genau, so, ich setze mich dann zu, so, ist wirklich schön, jetzt hat uns der Eisroge, auch endlich, endlich seit Ihrem Mal, da habe ich so lange dafür gekämpft, und jetzt bin ich richtig stolz drauf. Applaus Ja, und was hatten wir noch? Wir hatten noch was, ja, also wir sind da richtig fleißig gewesen, nämlich die Modenschau vom XL Furore. Seit 30, nein, seit 31 Jahren gibt es XL Furore, und auch hier muss ich sagen, liebe Ute König, vielen Dank für dieses tolle Event, das du uns ja begleitet hast, mit dem Bürgerfeind Mühlburg, auch hier an den Jumper, Brigitte Dotzauer, also vielen Dank an euch und natürlich auch an Lilo Fried, vielen Dank, dass sie mit ihren orientalischen Tänzen dazu beigetragen hat, dass diese Modenschau richtig toll geworden ist. Vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben, aber auch hier haben wir natürlich einen super, super tollen Filmausschnitt für euch, und auch hier sage ich wieder, lieber Aladin, Film ab! Filmausschnitt für euch, Filmausschnitt für euch, Musik Musik Ja, also ihr habt es gesehen, ein toller Tag, ein richtig toller Event, was will man mehr? Wir haben alles gegeben, wir haben alles bekommen, es war super toll. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, bis nächste Woche und ja, bleibt gesund, ciao.